Unsere Anlagen arbeiten schnell und zuverlässig, aber es sind auch komplexe technische Wunderwerke, die regelmäßige Wartung brauchen. Genau das wollen wir für Sie vereinfachen und präsentieren unser neues Tool zur vorausschauenden Wartung, das wir auf Wunsch für Ihre Maschine individuell programmieren und in Ihre Anlagensteuerung integrieren. Im Bedienpanel hinterlegen wir sämtliche Schmierstellen und Wartungsaufgaben, die der Maschinenbediener regelmäßig selbst ausführen muss. Und auf Wunsch auch die großen Wartungsintervalle durch unseren Kundenservice, wenn Sie einen Wartungsvertrag abgeschlossen haben. Ein interner Zähler erinnert den Bediener, wenn für ein Aggregat zum Beispiel eine turnusmäßige Schmierung ansteht. Ein Bild zeigt die genaue Schmierstelle an. Nachdem die Aufgabe erledigt wurde, bestätigt der Bediener die Arbeit und gibt seinen Namen ein. Die Meldung verschwindet wieder und der Zeitpunkt der Wartung wird im System gespeichert. Doch was passiert, wenn die Wartung aus betrieblichen Gründen aufgeschoben werden muss? Der Bediener kann dann zum Beispiel die fällige Schmierung eines Aggregats nochmals verschieben. Wie oft er dies kann und was die Maschine im Fall einer verschobenen Wartung tun soll, das können wir ganz nach Ihren Wünschen programmieren. Gegebenenfalls fährt die Anlage nur noch mit vermindertem Tempo oder in kritischen Fällen schaltet sich die Anlage zum Eigenschutz ganz ab. Erst wenn die Wartung durchgeführt und vom Bediener namentlich bestätigt wurde, hebt die Steuerung die Sperre wieder auf und die Anlage kann wieder anlaufen. Das schmale Wartungstool kann nicht nur in neue Anlagen integriert werden. Auch für viele ältere Maschinen ist diese Option nachträglich verfügbar. Ob das Wartungstool auch in Ihre Anlage integriert werden kann, das erfahren Sie bei unseren Service-Mitarbeitern.